Servus, grüß euch und hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer antialkoholischen Rezepte-Küche hier bei etzer.online. Heute mit einem Hitzefrei. Ihr benötigt hierfür zwei Kiwis, eine Banane, 250ml Milch und zu guter Letzt Crushed Ice. Als erstes die Banane und die Kiwi schälen, in kleine Stücke schneiden und in einem elektrischen Mixer geben und alles gut durchmixen. Dann das Crushed Ice und die Milch dazugeben und nochmals kurz durchmixen. Nun das Ganze in ein Glas geben, mit einem Trinkhalm versehen und beliebig garniert servieren. Fertig!